Norddeutscher Rundfunk 2021 Hör zu. Ich kann mich nicht aufhalten. Aber das, was du heute getan hast... Ich bin ein verdammter Idiot, Mann! Was denkst du das nicht? Natürlich bist du ein verdammter Idiot! Du kommst mit einer Knarre in die Schule? Du bist aber ein Idiot, der Stopp gesagt hat. Du hast dich vor jemanden gestellt. Das hab ich nicht geschafft. Rupert Klasnik. Komm, komm her. Komm, komm her. Da ist alles gut. Bis zum nächsten Mal.